ja hallo leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren golf video mit herrn timmy nach langer zeit drehen wir jetzt mal wieder 2014 ein golf video ja ich hoffe euch hat meine alten videos haben euch gefallen timmy spielt hier gerade mit seinem reiber ein bisschen ja und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich beim ersten loch bis gleich jo hey leute herzlich willkommen jetzt schlägt der timmy am ersten loch ab sauber klasse klasse jetzt schlag ich jetzt kommt timmys zweiter schlag hier guter schlag timmy sauber und timmy bist du zufrieden mit deinem schlag ja ja jo leute jetzt kommt mein zweiter schlag hier bei dem parfum haben wir ganz vergessen zu sagen das ist ein parfum jetzt schlagen wir alles klar der war sehr gut leute wir sehen uns beim dritten jo leute jetzt kommt timmy's dritter schlag hier bei dem parfum sein dritter war leider ein bisschen verzogen hier nach rechts aber passiert halt ne kann man nichts ändern so kann man nichts ändern so timmy ein bisschen hoch bis gleich jo leute jetzt kommt timmy's fünfter schlag ja klasse schlag gut bist du damit zufrieden gut jo leute jetzt kommt mein dritter schlag hier bei dem parfum ja gar nicht mal so schlecht ein bisschen getoppt ja gar nicht mal so schlecht ein bisschen getoppt aber er liegt oben alles klar leute jetzt kommt mein dritter schlag leider aus dem dunker aber wird doch kein problem sein ne bisschen einbuddeln immer ein bisschen zu viel sand aber er liegt auf dem grünen parfum jo leute jetzt kommt timmy's siebter schlag hier ein chip zur fahne alter timmy alter timmy alter timmy alter timmy also jetzt kommt timmy's achter schlag der siebte war ein bisschen zu lang aber was passiert ja sehr guter schlag so timmy ist eigentlich nochmal aber ich mach jetzt auch schon mal ja er liegt noch so man sieht das loch nicht leute wartet so und ich patte jetzt schon mal boah hier sind wieder viele pitchmarken so ich mach mich auch nicht weg so wir fahren die glänzen mal schwerer fahrt aber alles gut oh vorbei den muss man nochmal machen ein bisschen zu langweite jetzt kommt erstmal timmy oh schlechter fahrt war das von mir okay timmy hat schon mal einen strich jetzt bin ich dran so gucken wir mal ob ich den rein mach zur 6 ja 6 gespielt naja alles klar bis zum nächsten noch bis zum nächsten